Hallo und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Heute geht es mal um, warum eigentlich wählen gehen. Ja, immer mehr ältere Menschen gehen wählen. Das haben sie schon früher getan. Das tun sie auch heute noch. Die Hoffnung bleibt, dass sich die Älteren so jung fühlen, dass sie für die nächste Generation auch mitwählen und mitdenken und nicht nur an den nächsten Tag denken. Einfach mal für ihre Kinder oder ihre Enkelkinder wählen und die Zukunft dieser Generation mit berücksichtigen. Aber wieso gehen eigentlich mehr ältere Menschen wählen? Ganz einfach, weil mehr jüngere Menschen nicht zur Wahl gehen. Wer nicht wählt, sagt nichts aus. Viele junge Menschen denken, dass sie mit ihrer Stimme nichts ausrichten können. Das ist aber der falsche Ansatz. Es können gerade diese Situation der jungen Menschen oft nur durch die jungen Menschen verändert werden. Viele Menschen sind nicht an der Politik interessiert oder unzufrieden, möchten eine Veränderung. So ist das manchmal. Einfach mal wählen gehen, damit kann man was ändern. Zukunft selber mitgestalten. Wie wäre es? Einfach mal hingehen? Einfach mal versuchen? Einfach mal diskutieren. Jan Schleimf Einfach mal